Hallo Frau, heute ist das Wetter so schön. Oh, hallo Frau Weiß. Ja, die Sonne scheint so hell. Es ist warm. Ja, es ist sehr warm. Oh, es ist sogar richtig heiß. Heiß? Heiß bedeutet sehr, sehr warm. Ja, liebe Frau Weiß, heute ist es wirklich heiß. Ja, lieber Frau, du brauchst unbedingt einen Hut, einen Sonnenhut. Ich habe leider keinen Sonnenhut. Komm, lieber Frau, gehen wir aus der Sonne in den Schatten. Und ihr, liebe Kinder, macht bitte die erste Übung. Ah, hier ist es schön kühl. Hier ist es nicht warm, hier ist es schön kühl. Hier drinnen ist es kühl und draußen ist es heiß. Ja, draußen ist es so heiß wie im Sommer. Wir haben schönes Wetter. Aber es ist schon Herbst. Ja, auch im Herbst gibt es heiße Tage. Aber oft ist das Wetter im Herbst nicht so gut. Das stimmt. Im Herbst ist das Wetter manchmal schlecht. Auf meinem Planeten ist das Wetter immer schön. Wow, das ist toll. Ich mag aber den Regen und den Schnee auch. Dir gefällt also das Wetter mit viel Regen, Wind und Schnee. Ja, Regen und Schnee finde ich super. Besonders Schnee finde ich super. Man kann dann Wintersport machen. Da hast du recht, lieber Frau. Und ihr, liebe Kinder, was ist euer Lieblingswetter? Macht bitte eine Übung. Prima, ihr seid toll. Wollen wir spielen, lieber Frau? Oh ja, sehr gern. Spielen macht Spaß. Was soll ich machen? Ich zeige dir ein Foto. Du sagst mir die Jahreszeit. Jahreszeit? Ja, Jahreszeit. Ist es Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Okay, los geht's. Es gibt Wind. Es ist windig, sonnig, aber noch kühl. Hm. Ja, ich weiß es. Das ist der Frühling. Klasse, Frau. Und das hier? Das ist einfach. Es gibt Schnee. Es ist kalt. Es schneit. Es ist Winter. Perfekt, Frau. Und welche Jahreszeit ist das? Es gibt Nebel. Es ist neblich. Hm. Das muss der Herbst sein. Richtig. Und jetzt kommt meine Lieblingsjahreszeit. Die Sonne scheint. Es ist heiß. Es ist sonnig. Es ist Sommer. Ganz genau. Und das hier? Äh, wie bitte? Es gibt doch nur vier Jahreszeiten, Frau Weiß. Du hast natürlich recht, lieber Frau. Du kennst alle Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber was siehst du auf dem Bild? Ah, ich verstehe. Es gibt Regen. Es regnet. Bravo, lieber Frau. Es kann zu jeder Jahreszeit regnen. Das stimmt. Es regnet oft in Deutschland. Wollt ihr auch ein Spiel spielen? Dann macht bitte die nächste Übung. Lieber Kinder, das habt ihr sehr gut gemacht. Lieber Frau, und wie war das Wetter gestern? Gestern war das Wetter schön. Es war schöner als heute. Gestern war es so warm. Es war wärmer als heute. Und am Wochenende war es am wärmsten. Gestern war es sonnig. Es war nicht bewölkt. Ja, es war nicht bewölkt. Aber heute ist es bewölkt. Und wir haben viel Wind hier im Westen. Es ist kälter. Aber im Osten gibt es mehr Wind. Und es ist noch kälter. Und im Norden gibt es am meisten Wind. Und es ist am kältesten. Wind mag ich nicht gern. Regen mag ich lieber. Aber Sonne im Süden mag ich am liebsten. Ihre liebste Jahreszeit ist ja der Sommer. Richtig froh. Und welche Jahreszeiten gefallen dir gut? Der Frühling gefällt mir gut. Aber der Herbst gefällt mir besser. Und am besten gefällt mir der Winter. Und ich finde den Winter schön. Aber den Frühling finde ich schöner. Am schönsten finde ich den Sommer. Liebe Kinder, und was findet ihr am schönsten? Macht bitte eine Übung. Liebe Frau, lass uns schauen, wie ist das Wetter morgen? Und jetzt kommt der Wetterbericht für morgen. Am Vormittag gibt es in ganz Deutschland viele Wolken. Um 11 Uhr aber kommt die Sonne. Am Nachmittag ist es im Westen am wärmsten. Am Abend um 20 Uhr regnet es im Osten. In der Nacht wird es windig und kälter. Oh toll, bei uns in Jülich ist es morgen am wärmsten. Vielleicht gehe ich mit Paul schwimmen. Gute Idee, liebe Frau. Und wie wird das Wetter bei euch, liebe Kinder? Macht bitte die nächste Übung. Sehr schön. Lieber Frau, heute nach der Schule scheint immer noch die Sonne. Vielleicht sehen wir uns im Park. Ja, bei schönem Wetter fahre ich gerne Skateboard. Es ist heute Nachmittag trocken und du kannst Skateboard fahren. Das ist gut. Es regnet nicht und ist nicht nass. Dann viel Spaß, liebe Frau. Vielleicht bis heute Nachmittag, Frau Weiß. Tschüss, liebe Kinder. Tschüss, liebe Kinder. Tschüss, liebe Kinder. Tschüss, liebe Kinder. Bis heute nach giving es den Faküse. Vielen Dank.